Skifahren ist meine Leidenschaft, ist pure Begeisterung für mich. Wenn ich an einem sonnigen Skitag mit dem Lift hinauffahre, ich mich in meinen Ski hineinschnalle und dann die ersten Schwünge auf eine frisch gewalzte Piste oder in frisch gefallene Neuschnee reinsetze, dann durchströmt mich ein Gefühl der Freude und ich weiß, das ist mein Moment, mein Tag, meine Begeisterung. Das ist mein Tag, meine Begeisterung. Das ist mein Tag, meine Begeisterung. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020